Moin Seekräuter und herzlich willkommen hier zu unserer Schiffsvorstellung zur Kommissar. Ein neuer T10-Kreuzer der UdSSR, der jetzt ins Spiel kommen wird mit dem Release des Updates 13.4. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben direkt Gameplay für euch und ich möchte euch das Schiff nebenbei und nach dem Gefecht ein bisschen genauer vorstellen. Ja, die Kommissar ist ja bekannt, sie wird für Stahl ins Spiel kommen mit Update 13.4. Hier wird dieses Schiff für 35.000 Stahl inklusive Made-of-Steel-Tarnung im Spiel verfügbar sein in der Waffenkammer. Mit dem Update 13.5 wird dieses Schiff dann für 30.000 Stahl klassisch erhältlich sein, ohne die Made-of-Steel-Tarnung und dann auch mit dem Coupon. Mit Update 13.4 kann man den Coupon noch nicht benutzen, aber mit Update 13.5 kann man den dann einsetzen. Heißt also eine ganze Menge Stahl und wir wollen uns mal anschauen, was die Kommissar hier so ein bisschen besonders macht. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal, dass das ein relativ großes Schiff ist. Wir haben vorne, hinten jeweils zwei Geschütztürme A3-Rohre, 240 Millimeter Granaten dabei. Wir haben hinten auch ein Flugzeug mit drauf. Das heißt, wir haben hier einen Hybridkreuzer der UDSSR, aber mit relativ großen Granaten eben. Die 240 Millimeter, die kennen wir ja schon von der Henri. Und jetzt sagt man vielleicht, was ist denn das für ein Hirngespinst, was Wargaming hier ins Spiel bringen möchte? Na ja, ein richtiger Türngespinst ist es nicht. Es gäbe zumindest einen Entwurf für, nämlich für einen Superkreuzer 1934. Haben sie daran rumgedoktert und ein paar Ideen gehabt, wie sie das umsetzen wollen. Am Ende war es aber nur ein erster Entwurf, der dann später weiterentwickelt wurde, zum Beispiel von der Firma Ansaldo in Italien. Und diese ganze Geschichte, die mündete am Ende in der Kronstadt. Also dieses Schiff ist so nicht gebaut worden, aber es ist zumindest ein Weg gewesen, den sie da bestritten haben. Es sollte ein sehr schneller Kreuzer sein. Das ist ja hier auch im Spiel. Wir haben über 35 Knoten, die wir hier erreichen können. Entscheidend jetzt generell kann man schon mal sagen, ihr seht, wir haben 48.300 Trefferpunkte. Das ist jetzt nicht mega viel, das ist jetzt aber auch nicht schlecht. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir sind ein normaler, schwerer Kreuzer. Kein großer Kreuzer, also wir haben hier eine Branddauer von 30 Sekunden und nicht von 60 Sekunden. Und dementsprechend ist das mit den Trefferpunkten noch in Ordnung. Wir haben eine ganz normale Kreuzerpanzung, 30 Millimeter in der Mitte, 25 Millimeter in der Front. Ich spiele jetzt hier diesen Kreuzergrad auf Reichweite. Jetzt habe ich noch AP drin, wir nehmen mal die HE. Und wir haben hier auch Schlachtflugzeuge dabei, die sehen wir jetzt hier. Prinzipiell ist aber die Überlebensfähigkeit, oh ja, 10.000 mit der ersten Salve. Prinzipiell ist die Überlebensfähigkeit jetzt nicht total schlecht, weil uns noch ein paar Gimmicks mit an die Hand gegeben werden hier. Nachladezeit standardmäßig 15 Sekunden, Reichweite ohne die 17 Kilometer, geskilled, so wie ich sie jetzt hier habe, sind das ungefähr 20 Kilometer. Und ja, doch gleich ein Doppelbrand, eine gute Brandwahrscheinlichkeit pro Granate übrigens 20 Prozent, die wir da dabei haben. Prinzipiell redet man hier von einer Brandmöglichkeit, also Brände pro Minute von 9,6. Das ist jetzt kein Megawert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit dem Kreuzer getroffen habe, dann lagen die Brande schon gar nicht so verkehrt. Fand ich zumindest. Jetzt sehen wir, dass hier eine Venezia um die Ecke fährt. Richtig pushen möchte ich jetzt hier nicht. Uns fehlt natürlich Radar, das, was wir sonst bei der UDSSR immer ganz gerne mal dabei haben. Wir bleiben jetzt hier im vorsichtigen Bereich. Ihr seht, wir sind bei uns bei A unterwegs. Da sind jetzt nicht gerade sonderlich viel Unterstützer dabei. Wir sind hier also eher im defensiven Gefecht aus meiner Sicht. Der Gegner drückt da mit der Schliefen, Haaland, Venezia, Johan de Witt. Ein Reihenfahrer sind wir nicht unbedingt. Das ist dann sehr situativ und müssen wir dann schauen, wie wir uns dann da positionieren und welche Gegner wir dann haben. Wir haben hier übrigens auch Torpedos dabei. Nur mal so, hier sind die Abwurfwinkel. Dreifachwerfer mit mittlerem Schaden, so um die 15.250 Prozent Wassereinbruchswahrscheinlichkeit. Eine späte Reaktion beim Gegner, 7,4 Sekunden und 10 Kilometer Reichweite. Das ist gar nicht so schlecht. Also das kann man auch schnell mal sozusagen vergessen, dass die Torpedos da eventuell noch unterwegs sind. Bei A wird jetzt gecappt. Das muss das gegnerische U-Boot sein oder eins der gegnerischen U-Boote, weil unser U-Boot da ja bekanntlicherweise schon raus ist. Und ihr seht, wir kommen hier nicht über den Berg. Das ist auch nochmal ein Hinweis. Wir haben einen sehr, sehr, sehr flachen Schussweg, Schussbahn. Einen sehr direkten Schuss. Ich persönlich mag das ja eigentlich, weil ich halt mit den anderen Sachen nicht so gut klarkomme. Also nicht so einfach klarkomme, sage ich jetzt mal. Aber ja, ist so ein UDSSR-like-Teil. Also sehr, sehr flache Schussbahn hier. Und ihr seht, wie die Gehüßgeschwindigkeit aufgebaut wird, ist schon ganz lustig. Wir fahren jetzt hier mal weg. Und nebenbei starten wir mal die Flugzeuge. Dann kann ich euch das mal zeigen. Bei den Flugzeugen reden wir von Nakimov-Flugzeugen. Aber nicht in einem 8er-Geschwader, sondern in einem 6er-Geschwader. Aber die Rakete und auch die Zielvorrichtung und so weiter ist 1 zu 1 das gleiche, wie wir das eben von der Nakimov schon kennen. Alle 120 Sekunden sind sechs Flugzeuge parat. Ich glaube, der, da fahren wir mal nicht weiter ran. Aber da kommt noch eine Schliefen hoch. Die können wir, glaube ich, ganz gut anfliegen. Hoffe ich. Und ich nutze einfach die Zeit des Wegfahrens, was wir jetzt gerade tun. Okay, jetzt kommt natürlich... So, 5 Sekunden ist die Reaktionszeit, die wir beim Gegner dann lassen. Immerhin ein bisschen getroffen. Und wir nehmen die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Zack. Gleich wieder in Brand gelegt. Das machen wir hier gerne mit dem Teil. So, einmal stehen bleiben, damit die Gegner ein bisschen aufschließen. Wie gesagt, ich spiele hier auf Reichweite. Normalerweise kann man noch ein bisschen dichter dran sein. Aber aufgrund der relativ dünnen Panzerung habe ich mich eher dazu entschlossen, auf Reichweite zu spielen. Weil es halt auch regelmäßige Fechte gibt, wo man... Die halt einfach auf Distanz geführt werden. Und das macht es dann ein bisschen... Bisschen leichter mit dem Schiff, ne? Das ist so mein... Mein Empfinden. Die Venezia wird sich jetzt von hinten wahrscheinlich an mich ranarbeiten. Ich mache jetzt einen Rückwärtsgang rein, bleibe aber, versuche gewinkelt zu bleiben. Sehr schön. Gleich schon mal drei Pens wieder in die Dings reingepackt. Da kommt die Venezia mit ihrer SAP. Das ist eine echte Bedrohung. Weil wir halt relativ dünn gepanzert sind. Eben ein 30 Millimeter Deck. Und weil ich eben schon sagte, okay, jetzt hat er nicht so gut getroffen. Das ist schon mal gut. So, jetzt laden wir mal auf die AP um. Und ich gucke mal, ob ich bei der Venezia ein bisschen mit der AP machen kann. Weil die relativ gute Winkel zeigt. Wir haben hier eine verbesserte AP. Fünf Grad bessere Winkel. Und die fährt ja relativ zügig. Wir können hier einmal Reparatur reindrücken. Die Penetration wird hier mit 50... Nee, mit 60 Prozent angerechnet. Und die Zitadelle mit 50 Prozent übrigens. Also wir können hier besser die Trefferpunkte wiederherstellen. So, da kommt es unten aber nicht durch. Da haben wir 115 Millimeter an der Zitadelle außen. Dafür ist unsere AP dann halt nicht so verkehrt. Und wir können halt relativ schnell auch die Reparaturmannschaft wieder benutzen. Weil wir hier eine verkürzte Abklingzeit haben. Ihr seht es, ne? 38 Sekunden, 40 Sekunden. Das ist so ein bisschen wie bei der Ohio, was wir hier drauf haben. Da direkt wieder ein Brand auf der Venezia. Und wir fahren einfach schön langsam. Jetzt nimmt sie sich natürlich... Packt sie sich natürlich in den Nebel rein. So, gucken wir mal. Da hat die Yoshino aus der Mitte oder so auf uns geschossen. Im Moment muss ich zusehen, dass wir die Front da ein bisschen... Dass wir uns da mit unserem Team vereinigen so ein bisschen. Wenn ich jetzt einzeln zurückdrehen würde, würde ich halt den Gegner einfach nur in die Arme fahren. Das macht halt wenig Sinn. Ich hoffe mal, die Venezia, die ist hier gleich bereit, Seite. Ich lade mal schnell AP rein. Das schnelle Umladen ist hier richtig gut. Kann man hier sehr gut benutzen durch die 240er. Und jetzt müsste eigentlich gleich die Venezia hoffentlich aufgehen. Da macht sie es. 14 Kilometer. Die Venezia ist ja immer relativ zügig. Die AP hat einen guten Pen. Jo, Doppelzitter. Sehr geil. Das hat gesessen auf der Venezia. Wir reden hier bei der AP von 310 Millimeter auf 17 Kilometer. Also, es ist ein ordentlicher Wert. So, ab. Wieder die nächste Reparatur rein. Also, wir können ruhig auch ein bisschen was riskieren. Bloß im Early Game mache ich das halt nicht so gerne. Um nicht am Anfang mir schon die ganzen Optionen zu klauen. Ah, guck mal. Da kommt eine Masse. Die ist natürlich schweineschnell. Da kann ein Schweineschnell sein. Aber wir haben einen relativ direkten Schuss. Werden wir uns jetzt nicht total veraimen. Sehr gut. Da auch wieder ein Treffer auf der Masse. Dat hat jetzt ein bisschen mehr gesessen. Schauen wir mal. Ob wir die Masse noch rauskriegen. Ein Icht. Schade drum. Aber die Masse ist schon raus. Perfekt. Ich habe da Nebel bekommen. Das ist natürlich eine richtig nice Nummer. Gleich wieder Reparatur hier rein. So, jetzt haben wir eh das Problem, dass ich halt über die Insel schießen müsste. Wir drehen das Schiff jetzt um, Leute. Und fahren in die Seite der Gegner. Um zu flankieren. Das sollte eigentlich jetzt an der Position möglich sein. Flugabwehr haben wir jetzt hier natürlich nicht im Game so richtig demonstriert. Aber die Flugabwehr bei der Kommissar ist so lala. Muss man sagen. Prinzipiell. Wir haben eine gute Reichweite. Wir haben ein starkes defensives Flakfeuer mit 100% kontinuierlichem Schadensboost. Das ist gut. Sogar sehr gut. Die Amerikaner haben ja sonst auch diese 100%. Aber sonst ist es eher, ja. Sonstigen defensiven Flakfeuer haben halt haben wir halt nur 50% üblicherweise. Aber jetzt hat der mir hier Nebel gelegt. Ist ja lustig. Kann ich den Nebel der Yorktown sogar benutzen? Warum legt der mir den Nebel? Naja, egal. Wir fahren jetzt einfach, der schlief mir in die Seite da. Direkt einen Brand gelegt hier. Einmal Torps rausjagen. Das kommt ja runter bis in den Cap rein. Ich drehe jetzt mal ein bisschen raus, damit wir auf jeden Fall Winkel haben. Und lade AP vor. Ist natürlich ein relativ langes Schiff. Wendekreis sind über 1000 Meter. Ruderstellzeit ist aber ziemlich geil. Mit 10,5 Sekunden ist das für einen Kreuzer relativ stark. Jetzt geht die Venezia da in die Mitte mit ihrem Nebel. Die klaut sich selbst die Sicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh, 5 Grad Papres hätte Winkel. Hat ich glaube ich so AP schon gesagt. Und gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was an Schaden reinkriegen. Jetzt ist die Venezia Geschichte. Perfekt. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier gleich bei der Schliefen machen können. Ich muss jetzt gewinkelt fahren, weil sonst riskiere ich einfach zu viel. Weil ich nicht weiß, wo die Schliefen steckt. Ich kann in der Zeit einfach mal schauen, ob ich sie vielleicht hier noch erwische. Ja, würde ich sogar. Das machen wir doch. So, fährt jetzt an. So, mal gucken. 5 Sekunden und dann wieder 10k reingedrückt. Also, ihr seht, Nakimov Style. Wir haben halt zwei Flugzeuge weniger, dementsprechend ein paar Raketen weniger. Aber es ist soweit erstmal in Ordnung. So, wir haben in der Mitte noch eine Schliefen. Wir haben auch noch zwei U-Boote als Gegner, die noch nicht wirklich entdeckt waren, diese U-Boote. Oben eine 4501 auf der Karte. So, Schliefen ist weg. So, AP haben wir ready. Wir machen mal HE ready. Wenn das U-Boote versehentlich aufgeht, dann haben wir hier vielleicht noch ja noch irgendwelche Sachen. Vielleicht mal ein paar Worte zur HE. Also, die HE, die ist aus meiner persönlichen Sicht keine schlechte Granate. So, mittelmäßig sage ich jetzt einfach mal. Wir sind sogar ein bisschen besser als bei der Henry aufgestellt. So, defensiv Flakfeuer schnell noch an. Yorktown kommt mit ihren Torpedos an. Die Torpedos sind ja bei der Yorktown ziemlich nervig. So, sehr schön. Sechs Flieger runtergeschossen. Können hier die Geschwindigkeit jetzt ausspielen. Ja, wie gesagt, der Alpha-Damage ist soweit hier in Ordnung bei der HE. Jetzt kann ich natürlich den Schaden gerade nicht einblenden wegen der Mod. Aber 50 Punkte bei der HE besser. als die Henry und damit ja, 20% Brandwahrscheinlichkeit haben wir da dabei. Bei der AP mit den 6200 sind wir auch relativ gut aufgestellt. Da sind wir allerdings 150 Alpha-Damage-Punkte geringer aufgestellt als bei der Petro. Obwohl die Petro nur 220 Millimeter hat. Wir haben hier 240. Das heißt, sie haben hier schon einen gewissen einen gewissen Nerf reingebracht, sage ich jetzt mal. So, jetzt kommt sie wieder und zack, gleich wieder Flak an. Jetzt sehen wir aber halt auch eine der Schwächen. Erst jetzt wird die Flak richtig stark. Wo die CVs halt dann direkt in der Mitte über uns sind. Oh, guck mal, da kommt eine Yoshino raus. Oder hat die sich jetzt festgefahren? Na, die hat sich wahrscheinlich festgefahren. Dann fahren wir. Unser Team fährt jetzt bei B rein. Ich habe das Gefühl, dass der CV hier hinten stehen wird, hinter der Insel. Da kommen nämlich die Flieger auch immer her. Und darum fahren wir da jetzt hin. Ach, da ist er doch. So, dann können wir mal unseren Penn hier ausspielen. War doch schon mal gar nicht so verkehrt. Gleich wieder defensiv Flakfeuer an. Na, das war jetzt nicht so schön getroffen. Ah, wir gehen jetzt hier auf Damage, Leute. Das Ding hat noch ein U-Boot und ein CV. Das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Weil wir B jetzt auch unter Kontrolle haben. Punktemäßig führen wir jetzt relativ klar, kann man das sagen. Gut. Sehr schön, CV mitgenommen. Ja, haben wir doch hervorragend runtergespielt und auch immer mal wieder die Flugzeuge benutzt. Ich persönlich sehe das so, dass die Flugzeuge hier nicht unbedingt das Hauptmittel sind, auch wenn wir hier einen Hybridkreuzer haben. Dadurch, dass wir halt eigentlich mit den Hauptgeschützen, wenn wir auf 20 Kilometer spielen, immer Ziele haben, regelmäßig Ziele haben. Nutze ich halt wirklich die Raketen meistens nur dann, wenn ich halt eine längere Transitzeit habe. Das war so, was ich persönlich so festgestellt habe und für mich eigentlich ganz gut empfand. Klar, es wird immer mal Situationen geben in Gefechten, wo es ein bisschen anders läuft. Aber das war jetzt ein relativ überschaubares und einfaches Gefecht. Und wir gucken uns jetzt gleich im Hafen an, wie die Panzerung aussieht und gehen nochmal ein paar einzelne Punkte bei diesem Schiff ein. So, gucken wir hier nochmal die Sets an. Ja, die Zita auf der Venezia hat natürlich richtig Spaß gemacht. 38 Flugzeuge, wir sind hier mit dem Teststiff unterwegs, deswegen gibt es da keinen Erfolg bei 38 Flugzeugen. Platz 1 mit 2000 Base XP. Und wir haben jetzt hier natürlich Yorktown, Venezia schliefen. Die haben wir alle bespaßt. Ein bisschen auf die Masseau fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, dass meine HE-Salve auf die Masseau richtig gut gewesen wäre, wenn die noch quasi angekommen wäre. Ich glaube, der war vorher schon tot, bevor meine Granaten ankamen, weil sonst hätte sie gesessen, glaube ich, die Salve. Gut. 16 Minuten 50 immerhin am Gefecht gewesen. Dann haben wir hier 85.000 mit AP gemacht, mit HE 21.000. Torpedos haben jetzt nichts getroffen, aber immerhin auch 13.000 mit den Raketen, also sind nicht zu unterschätzen. Okay, dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an, wie es hier im Hafen aussieht. Machen wir die Panzerung mal auf und ihr seht, wir haben hier, man kann sagen, eigentlich eine übliche Panzerung für Kreuzer, für schwere Kreuzer auf der Stufe 10. Hier vorne 25, hinten 25, hier im Mittenschiff 30. Hier sind es 115 Millimeter direkt zur Zitadelle. Im MacBook und Heck mal weg, seht ihr hier, rundherum sind es 115 Millimeter. Wir haben hier eigentlich kaum relevante Panzerung, die versteckt ist. Wir haben hier im hinteren Bereich, quasi hier über dem Steuergetriebe, da drinnen gibt es nochmal einen Panzerungsbereich, der 115 Millimeter hat, um eben den Steuergetriebe und die Schraube zu schützen. Sonst sind wir 240 Meter lang. Jetzt würde man im ersten Moment sagen, jau, das ist ja ein richtig langes Schiff, aber man muss auf der anderen Seite sagen, es gibt viele Kreuzer in World of Warships, die um die 240, 220, 250 Meter haben. Und damit ist die Kommissar gar nicht so ein langes Schiff. Es wirkt halt so. Aber von den Abmessungen her sind wir auch nur 22 Meter und ein bisschen breit. Auch das ist typisch Kreuzer, das ist so Desmo-like. Es ist halt nur eine Frage der Perspektive, wenn man dazu sagen möchte. Es kommt einem schon so vor, als ob hinten diese Tech so einfach rangeschweißt ist und dadurch der Teil so ein bisschen, in Anführungsstrichen, halt verlängert wird. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, hier müsst ihr auf jeden Fall stark aufpassen. Die Zitadelle liegt über Wasser, kann also leicht penetriert werden. Und 115 Millimeter ist auf jeden Fall dicke genug, damit alle Granaten auslösen, die es im Spiel so gibt, üblicherweise also AP-Granaten. Bei SAP ist das dann halt nicht so möglich. Auch bei der Lauria sind es, glaube ich, 114 Millimeter Penn. Das heißt, die wird hier nicht durchkommen mit ihrer SAP. Das ist vielleicht nochmal so ein ganz nicer Fact nebenbei. Aber was wir hier natürlich immer als Problem haben, ist bei dem Deck mit 30 Millimeter, das wird halt noch leicht overmatched und dann hast du hier nur eine Zitadellenpanzung oben von 50 Millimeter. Das heißt, wenn die Granaten vom Steilfeuer so runterfallen, können es trotzdem, ja, gut Zitadellen regnen. Und ihr könnt hier vorne einfach overmatched werden und die Granaten werden hier drinnen nicht irgendwo umgelenkt. Keine versteckte Panzerung, wie ich schon sagte. Und dann geht es halt ganz schnell mal in die Zitadelle rein. Das kann halt auch passieren, also immer gut gewinkelt bleiben, Leute. Das ist eigentlich das Wesentliche, was ich zur Panzerung sagen kann. Wenn wir uns jetzt kurz die Stats nochmal angucken, wenig Trefferpunkte hatte ich schon erwähnt. Panzerung für einen schweren Kreuzer okay. Aber, ja, jetzt heißt es eigentlich am Ende möglichst Beschuss vermeiden. Dafür ist der Wendekreisradius aber doch relativ groß, muss man ganz ehrlich sagen. Die Schlachtflugzeuge haben jetzt hier in meinem Bild, ich zeige es euch jetzt mit Bild, 1254 Trefferpunkte, sechs Stück, alle 102 Sekunden sind die Flugzeuge dann parat. Und ihr seht, die Raketen machen 40 Millimeter Penn, das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Briten, Franzosen zum Beispiel sind Schürfe, die ihr sehr, sehr gerne anfliegt mit diesen Raketen. Wenn ihr Nakimov-Spielstil kennt, so ähnlich sind diese Schlachtflugzeuge halt. Dann haben wir hier diese Hauptbatterie, 15 Sekunden ist der Reload, den wir standardmäßig haben. Wenn wir den verkürzen, also wenn wir dann auf 17,2 Kilometer Kampfentfernung spielen, dann ist es halt, wie soll ich das ausdrücken, man muss halt mehr riskieren und man gewinnt dafür ein, zwei Sekunden Nachladezeit. Ich persönlich komme mit der Kommissar auf der Reichweite ein bisschen besser klar. Man muss halt rechtzeitig anfangen umzustellen, dann wieder auf den Push, wenn es so wie jetzt in dem Gefecht, was wir gerade hinter uns haben, forderlich ist. Sigma 2,05 Kreuzer, Streuungsellipse und die Turmdrehzeit ist relativ langsam für die 180 Grad Kehre, dafür, dass wir ein Kreuzer sind. Hier die Brandwahrscheinlichkeiten sehen wir auch nochmal. 40 Millimeter Penn ist super, haben wir auch nichts zu befürchten. Sehr hohe Mündungsgeschwindigkeiten ist schön. Wir haben eine relativ flache Schussbahn, dadurch kommen wir auch immer gut in den Winkeln mit der AP an. Wenn wir eine steile Flugbahn haben, dann hast du ja einen relativ spitzen Winkel an der Bordwand. Wenn wir jetzt aber hier mit diesem Schiff Breitseite irgendwo raufschießen können, also ein anderes Schiff, was Breitseite steht, dann haben wir halt weniger Abprallwinkel, weil die Schiffe, weil die Granaten relativ direkt ankommen, weil sie so schnell fliegen. Und wie gesagt, 5 Grad bessere Winkel und so weiter, das habe ich alles schon gesagt. Vor Pelus habe ich euch auch mal kurz die Winkel im Gefecht gezeigt. Hier sind sie nochmal zu sehen. Kurze Nachladezeit, gute Reichweite, knapp 15.000 Schaden. 7,4 Sekunden Reaktionszeit, Flutung zu 150 Prozent, ist jetzt ein durchschnittlicher UDSSR-Torpedo, könnte man sagen. Also nichts Besonderes. Es ist einfach ganz gut, wenn man mal in den Nahkampf reinkommt, dass man dann eben auch die Torpedos eben mit benutzen kann. Luftschlag 10 Kilometer, ne, Entschuldigung, 8 Kilometer, aber standardmäßig für T10. Gibt es gar nichts weiter zu sagen. Hier nochmal zur Flugabwehr. Ihr seht, die Kurzstrecke, die Kurzstrecke ist besonders stark. Die Mittelstrecke und die Langstrecke, die hat, naja, eher nur durchschnittlichen Schaden, kann man sagen. Ähm, das finde ich, ist bei anderen Nationen anders. Da ist die Mittelstrecke schon relativ stark ausgeprägt. Das kommt hier bei der Kommissar erst relativ spät. Dafür haben wir aber defensiv Flakfeuer, was eben diesen Schaden um 100 Prozent erhöht. Und dann sieht die Flugabwehr ziemlich geil aus. Habt ihr ja eben auch im Gefecht gesehen. War jetzt ein T8-Träger, ne. Also ein bisschen relativ zu betrachten. Mit Sierra Mike 37 Knoten. 10,5 Sekunden Ruderstellzeit. Das ist hier nicht geskilled. Das ist Vanilla-Wert, ne. Also kann man gut mitarbeiten. Auch die Erkennbarkeit zu Wasser habe ich hier. Geskilled 11,5 Kilometer. Damit kann man halt auch gut mit auf- und zugehend spielen. 9,7 Erkennbarkeit im Nebel. Wenn ihr diesen dann benutzt, wenn ihr zum Beispiel vor dem Träger was gelegt bekommt und den dann ausnutzen könnt. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Erkennbarkeit zu Wasser ist so mittelmäßig. Die Erkennbarkeit zu Luft ist nicht so gut. Also die ist eher schlecht für einen Kreuzer. Das muss man schon hier mit auf den Weg geben. Dann Schadensbegrenzungsteam üblich. Reparaturmannschaft habe ich ja schon mal dazu gesagt. Normale Reparaturmannschaft mit verkürzter Abklingzeit. Unverbesserter Anrechenbarkeit von Schäden. 60% Penn, 50% Zitadellenschäden werden angerechnet. Und bei dem dritten Slot müssen wir uns mit Hydro oder Def-A tauschen. Aber ich habe mich hier für Def-A entschieden, weil wir eben hier die 100% drauf haben. Deswegen mache ich das eher so. Man ist ja eh nicht ein Schiff, was direkt vorne reinfährt. Klar, es wird immer Situationen geben, wo das eine hilft oder das andere hilft. Mein Bild sieht so aus. Ich bin hier der Wargaming-Empfehlung gefolgt. Ich habe hier auch die Zielsystem-Modifikation drin. Dann in Slot 4 die Luftgruppen-Modifikation, damit wir einfach mehr Trefferpunkte haben. Und damit mehr Schaden beim Gegner anrichten können. Tarnung und hier halt auf die Reichweite gegangen. Ich habe hier beide Brandflaggen drauf. Ein bisschen Flugabwehr. Anti-Deto-Flagge ist hier wichtig, ganz klar. Verringerung der Abklingzeit bei dem defensiven Flaggfeuer. So die üblichen Sachen. Mein Kapitän sieht so aus. Hier haben wir dann läufig geschmiert, um die Turmdrehgeschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen. Ladeexperte ganz wichtig bei den 240 Millimeter. Wir schießen ja relativ viel HE. Brauchen dann aber gerne auch mal die Situation, wo wir auf AP umladen. So wie vorhin mit der Venezia. HE, AP umladen war ständig wichtig. Und deswegen ist der Ladeexperte hier extrem hilfreich aus meiner Sicht. Sprengmeister. Wir nehmen auch hier die Fokusfeuerausbildung mit. Eben um unter anderem halt auch die Vorbereitungszeit der Flugzeuge zu reduzieren. Wir verstärken die Sektorpriorisierung. Also einen ganzen Spaß. Das funktioniert dann schon ganz gut. Nehmen hier Inspekteur mit für fünfmal HEAL. Gerade durch die verkürzte Abklingzeit beim HEAL nutzt man die fünf HEALs regelmäßig. Oder kommt man da eher hin, sagen wir so. Wir nehmen dann Experte der Überlebensfähigkeit mit. Da kommen wir dann auf diese 48.300 Trefferpunkte. Sonst haben wir weniger. Nämlich nur 43.000. Und dann sind wir trefferpunktemäßig am Arsch, um es mal so auszudrücken, für einen schweren Kreuzer. Ja, Tarnungsmeister 10%. Und damit sind wir durch den Dings durch. Ich würde kapitänsmäßig hier Ovechkin empfehlen. Ich würde auch Kuznetsov empfehlen. Funktionieren beide hier relativ gut. Ovechkin hilft halt, wenn ihr den raufsetzt hier bei den Geschütztürmen und bei den Trefferpunkten. Und diese Trefferpunkte, die wirken sich ja dann auch auf den HEAL aus, weil ihr ja immer 0,5 Prozentpunkte der Gesamtrefferpunkte herstellt. Und wenn die Trefferpunkte allgemein höher sind, ist der HEAL natürlich dann auch in Anführungsstrichen besser. Kommen wir zum Pro und Contra bei der Kommissar. Da ist es eigentlich relativ schnell erklärt. Wir haben ein sehr schnelles Schiff. Wir haben eine gute Ruderstellzeit mit den 10,5 Sekunden. Eine sehr genaue Hauptbatterie, konntet ihr ja sehr gut sehen. Ist eben Kreuzerstreuung mit einem hohen Sigma-Wert. Wir haben eine gute HE, eine gute AP. Wir sind jeweils mal auf Platz 2 im Bereich von 200 Millimeter Kaliber bis 280 Millimeter. Da sind wir halt wirklich sehr gut aufgestellt. Einmal hinter der Petro und einmal hinter der Goliath. Die sind da halt in dem Bereich noch ein bisschen stärker. Wir haben ja auch verbesserte Winkel bei der AP dabei. Die Brandwahrscheinlichkeit als sich ist jetzt auch nicht so verkehrt bei der HE. Wir haben Nakimov-Schlachtflugzeuge, die wir immer einsetzen können, wenn wir gerade mal eine Freiphase haben. Weil man sonst mit der Kommissar eigentlich ganz gut hinkommt. Und wenn man nicht über den Berg kommt, dann setzt man immer schnell die Flugzeuge ein, solange man dann eben zu ist. Darum ist sie bei mir auch auf Doppelkonzil mit geskillt, damit wir eben diese Flugzeuge gut einsetzen können. Und dann muss man ganz klar noch sagen, die beiden verbesserten Verbrauchsmaterialien. Defensiv Flakfeuer mit 100% kondischen Schadensbonus. Sonst sind es normalerweise nur 50. Und wir haben die Reparaturmannschaft mit 60% Anrechenbarkeit von den Penetrationen und 50% Zilladellenschaden, der angerechnet wird. Das ist eben deutlich höher als das, was wir sonst in der Vergangenheit bei anderen Schiffen schon so sehen. Wir stellen aber jetzt nicht massiv mehr Trefferpunkte wieder her. Das wird hier eben mit einer kurzen Abklingzeit von der Reparaturmannschaft dann so ein bisschen noch aufgefangen, sodass man schnell hintereinander die Reparaturmannschaften eben benutzen kann. Es gibt auch klare Kontrast. Das ist aus meiner Sicht die Überlebensfähigkeit in Form von Trefferpunkten und Torpedoschutz. Das ist ganz klar als negativ zu erwähnen. Darum ist das Schiff die Kommissar aus meiner Sicht ein Mittelstrecke- bis Langstreckenschiff. Dann im Late Game gibt es immer mal andere Möglichkeiten, aber ich rede jetzt hauptsächlich am Anfang. Sollte man sie eher ein bisschen zurückhalten, weil ihr sonst ganz schnell auf den Sack bekommt. Dann der Wendekreisradius ist ein großes Problem, wenn man aus Situationen mal irgendwie rausmanövrieren muss. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht das längste Schiff in World of Warships, auch wenn es so wirkt mit dem Anbau hinten. Wir sind knapp 240 Meter lang. Es gibt noch ein paar Kreuzer, die sind sogar noch länger, aber wir sind auf jeden Fall einer der längeren Kreuzer. Auch das ist natürlich ein Punkt, den man mal im Hinterkopf behalten muss. Und die Erkennbarkeitsluft ist natürlich hier bei der Kommissar auch ein Problem. Die ist sehr, sehr, sehr hoch. Über 10 Kilometer, die wir hier standardmäßig haben, sind wir halt nicht so gut aufgestellt. Bei der Wassererkennbarkeit sind wir zumindest noch Mittelfeld. Die habe ich ja dann dementsprechend noch runtergeskillt. Jetzt sind wir bei 8,5, aber trotzdem für Kreuzer ist das ein relativ hoher Wert bei der Lufterkennbarkeit. Dann kommen wir noch zu meinem persönlichen Fazit. Werde ich mir die Kommissar holen? Ganz klar ja. Ja, ich persönlich muss sagen, ich habe die Testphase mit der Kommissar, wenn wir die Schiffe denn hatten, wirklich genossen. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Kreuzer. Mir liegt halt dieser direkte Schuss. Ich mag das halt einfach, dass man damit auch nur 15 Sekunden Nachladezeit findet, ich vollkommen in Ordnung, obwohl ich 20 Kilometer weit schießen kann. Ich finde das jetzt nicht so ein Drama, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr hier im Nahbereich geht, dann drehen die Türme halt wieder ein bisschen langsamer und man muss schon relativ stark ran. Klar, mit der Reparaturmannschaft kann man einiges kompensieren. Das ist so ein bisschen jeder sein persönliches Risiko, was man halt auch eingehen möchte. Vielleicht seid ihr eher der Spieler, der da näher ranfährt. Aber für mich gibt es eine ganz klare Empfehlung für diesen Kreuzer und auch für diese Stahleinheit. Mit Update 13.5 wird dieses Schiff dann 30.000 Stahl kosten und ihr könnt dann den Coupon noch benutzen. Also dementsprechend dann noch einige Stahleinheiten sparen. Wenn ihr nicht warten könnt mit Update 13.4, kommt sie für 35.000 Stahl in die Waffenkammer rein. Gebt dann aber auch eine Made of Steel Tarnung gleich direkt mit dazu. Auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Schiff für Wargaming. Auch wenn es ganz klar auch seine Schwächen hat, aber das gehört zu jedem Schiff dazu. Und wer jetzt Stahl übrig hat, sollte auf jeden Fall aus meiner Sicht hier zugreifen. Denkt aber daran, es ist kein Brawler, der nach vorne fährt. Es ist eher ein Schiff, welches Mittel- und Langstrecke hier bedient. Das soll es von unserer Schiffseinweisung zu unserer Schiffsvorstellung hier gewesen sein. Ich hoffe, der Stil hat euch gefallen. Diesmal gleich am Anfang mit dem Gefecht und danach besprechen wir noch so ein paar Einzelheiten von dem Schiff. Gebt mir mal gerne Feedback, wie euch dieses Format gefällt. Wo man teilweise über das Gefecht redet und teilweise ein bisschen über das Schiff redet. Sodass ihr immer die jetzt gerade getroffenen Parameter der Entscheidung sozusagen so ein bisschen mehr mitbekommt. Und ihr halt jetzt nicht erst warten müsst, bis wir hier durch die Stats durchgegangen sind. Sondern erst Gefecht mit ein bisschen Stats. Und im Hafen gibt es dann nochmal die grobe Zusammenfassung von der ganzen Sache mit Kapitän und so weiter. Würde mich auch immer freuen, wenn ihr mir dazu mal ein bisschen Feedback da lasst, wie es euch gefällt. Und ja, ich sage einfach danke für eure Zeit. Denkt an den Daumen nach oben. Denkt an das Abo, kostenlose Abo hier bei YouTube. Zwischendurch gibt es natürlich unsere Livestreams bei Twitch und auch hier bei YouTube immer dienstags, mittwochs, samstags. 20 Uhr sind wir da für euch da. Und ich würde mich freuen, dann auch wieder von euch zu lesen im Chat. Also bis dahin, alles Gute. Euer Siegrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.